Zusammenkunft. In Darmstadt sind heute Aktionäre und Vorstandsriege des Softwareherstellers Software AG zur Hauptversammlung zusammengekommen. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Streibig eröffnete die Versammlung mit positiven Worten zur Entwicklung und zur globalen Bedeutung des Unternehmens. Die Software AG ist eine sehr erfolgreiche, global agierende Firma und wir sind präsent in 70 Ländern weltweit, 5400 Mitarbeiter, mehr als eine Milliarde Umsatz. Wir sind das zweitgrößte Softwarehaus in Deutschland und es wird das größte in Europa. Mit rund 5400 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Jahr 2012 einen Umsatz von mehr als eine Milliarde Euro. Das ist ein Anstieg von knapp 330 Millionen Euro innerhalb von nur vier Jahren. Der Nettogewinn konnte im Vergleich zum Jahr 2008 um 49 Millionen auf nun 165 Millionen Euro gesteigert werden. Die Software AG bietet Produkte zur Analyse und Verwaltung von Geschäftsprozessen sowie zur Steuerung von IT-Infrastrukturen an.